Hallo, Ralf Paschen, Verjagdhaus Wilhelmshöhe. Die Sonne scheint, das Frühlingswetter macht gute Laune und wir können die Hanfstricke endlich wieder weglegen. Etwas, was auch gute Laune macht, habe ich aufgebaut und ich darf Ihnen versichern, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, dieses Geschäft mich mit feinen Jagdwaffen zu beschäftigen, aber die ganz feinen Stücke sind auch bei mir rar. Eines davon habe ich hier aufgebaut. Es handelt sich um eine Doppelbüchse, die jetzt fast 123 Jahre alt wird. Am 21. Juni ist sie ausgeliefert worden im Jahre 1900. Das heißt, wir haben hier eine Doppelbüchse in dem Traumkaliber 303 British, eine Patrone, die von der Performance her, der 8,57, sehr, sehr nahe kommt. Die Doppelbüchse von Purdy ist aufs Allerfeinste konstruiert und gebaut worden, hat selbstverständlich den Self-Opener-Mechanismus, ein Doppelabzug, eine doppelte Laufhakenverriegelung mit dem berühmten Third-Byte oder auch der Purdy-Nase. Das zeige ich aber gleich nochmal. Das weitere, und das kann man jetzt hier nochmal ganz nett sehen, gibt es eben auch diese sogenannte Stalking-Lock-Funktion. Das heißt, neben der Sicherung gibt es einen kleinen Querriegel, der den Sicherungsschieber blockiert oder eben auch freigibt und bei der Pirsch und beim Tragen dieser Büchse nicht unabsichtlich von Safe auf Scharf zu schalten. So, jetzt nehmen wir das Traumgewehr einmal in die Hand. Das, was ich hier präsentieren darf, ist seit 1900 unangefasst, das heißt unrestauriert. Wir haben hier den absoluten Originalzustand. Hier mit diesem Gewehr ist nie etwas passiert, weder bei Purdy noch bei irgendeinem anderen. Alles Originalzustand und damit für Sammler so, dass sie töten würden. Ich gehe mal davon aus, dass dem so ist. Sehr, sehr schön ist zu sehen, dass eben auch die Bunthertungsfarbe hier noch im Original erhalten ist. Und das wiederum ist ein Indiz dafür, dass dieses Gewehr nicht so wirklich viel benutzt worden ist. Aber wir fangen jetzt mal hinten an. Wir nehmen einfach mal die Schaftkappe, die aus Metall ist. Die Schrauben stehen auf Strich. Die Fischhaut ist perfekt geschnitten. Und das ist natürlich jetzt nichts für Leute, die ansonsten mit dem Sissipad durchs Leben rennen. Metallkappen spürt man im Schuss, wenn auch die 303 ein Kaliber ist, das extrem moderat zu schießen ist. Das ganze Gewehr wiegt knapp 4,1 Kilo. Und jetzt sehen wir schon in der Konstruktion sehr schön die Purdy-Nase. Das heißt, die dritte Verriegelung einmal hier in der Verlängerung der Laufschiene und dann natürlich in der Stirnfläche des Bakülens. Schlagbolzen sind gepuffert und wir haben klassischerweise für erhöhte Gasdrücke die Sideclips und natürlich auch die Reinforced Fences. Alle Schrauben stehen auf Strich. Sie sind auch nicht vermackt. Das heißt, es ist auch noch der erste Satz Schrauben. Den kann man durchaus zeigen. Genauso wie in dem verlängerten Abzugsbügel. Das Holz trägt original, zumindest so ist es von Dr. Niklas Harlow bestätigt worden. Das ist der Mann, der im Keller bei Purdy sitzt und die Records hütet, bestätigt worden. Die Gun Swivels oder auch Riemenbügeln sind original, sind von Anfang an, das heißt im Jahr 1900, hier gefertigt worden. So, klassischer Test. Man hört es, es ist natürlich ein sehr viel massiveres Laufbündel als das einer Schrotflinte, aber es ist einfach fantastisch. Die Verlötungen sind perfekt, die Balance ist super. Auch die Inschriften in diesem eingesetzten Schienenstück mit der offenen Visierung sind ganz klarer Beweis dafür, dass es hier nicht die fünfte und sechste Brünierung ist, sondern die Originalbrünierung. Denn da hat noch niemand nachgestochen oder irgendetwas versucht zu verbessern. Sehr, sehr schön ist auch noch zu sehen, dass das Korn diesen Tunnelschutz hat. Und wenn man sich die Mündung anschaut, so sieht man auch hier, dass es perfekte Lötarbeiten sind, die umgesetzt worden sind und niemand mit einer Pfeile versucht hat, hier die Schussleistung zu regulieren. So, jetzt nehme ich nochmal ganz kurz das System. Die Schlosse sind natürlich fantastisch. Die Form ist exzellent und das Gewicht dieser Waffe ist mit 4,1 Kilo auch durchaus so, dass man das wunderbar schießen kann. Jetzt ist der Kraftaufwand notwendig bei Purdy, weil der Self-Opener schließt, beziehungsweise spannt, erst dann, wenn man das Gewehr schließt. Vorderschaft, ebenso makellos wie der Rest der Waffe. Bin fast ein bisschen neidisch, wenn sie dann bald weg geht, denn mit dem Gewehr hätte ich auch Lust, das ein oder andere Stück Schwarzwild zu schießen. Der Koffer, abschließend gesagt, original mit den kleinen Schweinereien wie Ersatzschlagpolsten, die Schraubenzieher, die extra für diese Schrauben gemacht sind, Pufferpatronen und da haben wir natürlich auch noch ein leeres Fach, aber das ist alles so, wie es sein soll und original. Sogar den Schlüssel gibt es noch. Das Einzige, was jetzt nachträglich dazugekommen ist, sind die Gurte, mit denen der Koffer verschlossen wird, aber ich glaube, das kann man nachsehen. Alles in allem ein sensationelles Stück. Ich hoffe, dass mein Vortrag gefällt, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nein, es ist nicht käuflich zu erwerben, es ist schon vergeben. Herzlichen Dank, Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.